Ja, dann kommt es weiter. Das haben wir nämlich übersehen, gab es. Ja gut, jetzt bin ich aber ein bisschen übermüde. Das ist halt die Sache. Und trotzdem habe ich in dieser Session echt viel hinbekommen. Das Ding ist halt, ich hätte jetzt nicht so lange aufgenommen, aber ich habe in Assassin's Creed Odyssey so lange gebraucht. Ich habe das jetzt ja durchgezogen und dafür habe ich jetzt Video-Material bis zum nächsten Mittwoch. Oder was heißt bis zum nächsten Mittwoch? Aber ich sage mal so, wenn du jetzt Sonntag in die Folge guckst, dann haben wir doch dann bis Mittwoch halt, hätte ich noch Folgen für Assassin's Creed Odyssey und dann geht es los mit Bahala. Und deswegen habe ich jetzt auch ein bisschen später Rest Evil aufgenommen. Den Witcher nehme ich ja auch noch auf, das mache ich aber morgen erst. Und den Dagger kurz schneide ich mir ja eh zurück. Was hast du gegen Kisten, Ethan? Gell, warte, gegen Kisten. Oh. Ja, ich bin übermüdet, man merkt es. Komm. Ich weiß. Scheiß Passwörter, was? Probier doch mal 0814. Nein, 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 nein. 0,6, 2, 1. Nein, 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 nein. Es ist 0,5. Oh, komm, komm. Versuch's mal. Man weiß nie. Wow. Was ist doch nicht so schön? Ja. 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 Der Raum ist echt gut zu merken. Wir ficken ja wieder so viele Sachen an. Pass auf, wir machen das folgendermaßen. Du kommst da rein, du kommst auch hier hin. Das war's dasnog. So, ich kann es mal hier hin falten. Ich bin sehr selsa von Taress Schmerzen. Ich bin sehr schnell, das ist immer die throne, und ich glaube, ich kann es mal employers tun, und ich bin sehr sicher. Und ich freue mich für mich um eineiciosale Angriff und die qui in der Zeit neue Tomcatander geht es an der Lieblingskom Breath blockedMza. Musik 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 Mama! Was ist das? Wow, das war ja jetzt intelligent. Wow. Hey, Stereo Eater. Oh, geil. Wow. 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 Man kann hier genug Dammgranaten haben. Okay, ich weiß wovon er redet. Ja, natürlich speichern wir. Kleine Speicherchen. Okay. Okay. Ich weiß nicht, man weiß ja nicht. Hey. Oh, warte mal. Moment, moment, moment. Wir haben hier eigentlich das erste Mal genug. Ähm, pass auf. Was brauchen wir denn? Gerade brauchen wir das. Es ist nur schade, dass wir keine Plütenmunition herstellen können. Und nachher kommt der Plot, bis es geht und ich hab's nur vergessen. Nein. Ich hab ein bisschen Angst, wir werden gerade ein bisschen zu viel versorgt mit Munition und so'n Scheiß. Und so'n Scheiß vor allen Dingen. Das ist echt daimlich. Holzweinbruch. Ah! Ladies und Gentlemen, Jungen und Mädchen, willkommen beim Scheinen-Kamm! Keine schmutzigen Tricks, Gentlemen, wir haben Regeln! Du mich auch! Ja! Du mich auch! Lukas! Ja! Wie du im Leben mit Widrigkeiten umgehst, mach dich absurd! Ja! 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 Geht an! Du weißt, sieh! Ich weiß unser Schicksal. Das muss weh tun. Ich muss sagen, dass ich beeindruckt bin. Du hast auch noch alle Finger und Züge. Was ich dazu sagen soll. Nein, wir haben die falschen Waffen, Rundahl. Oh, wie soll ich deine Freunde mieten? Kannst du mir helfen, eine zufrieden? Trenzak ist tot! Trenzak ist tot! Ah! Ich muss nie mein Vater lesen. Ich hasse dich. Ich hasse diesen Mistkerl. Das Ding! Sieht so aus. Wollen wir? Das Ding! Ich habe nichts mehr. Tschüss. Das Ding. Trenzak ist tot. Wir brauchen... Das Ding. Ist... Das Ding. Das Ding. Bis nach oben. Na, den... Ich hab mich mal habe. 14 08 du bist als nächster dran auch Oh, Kumpel, das ist ein Test deiner Fähigkeiten. Also nicht schummeln. Den Mist, den du rumschleppst, pack das alles weg. Dann heilen wir uns einmal. Dann heilen wir uns einmal. Türen wir alles wieder, ja? Schönen Tag noch. Boah, ich würde dich so gut aneinander nehmen, ne? Deine Vater und deine Mutter habe ich schon gebumst, ey. Und dich bümmen auch noch weg, ey. Ach, scheiße, ey. Sehr gut. Kerze. So, pass auf. Wir machen das jetzt folgendermaßen. Wir wissen ja, was wir machen müssen. Okay, verkacke ich voll. Wir können... Ja. Was willst du davon, wenn wir ein kleines Spiel spielen? Du musst plötzlich die Kerze anfüllen und sie in die Kauze stecken. Leck mich am Arsch! Eben, Wortwahl bitte. Wir haben Kinder. Im Gebäude. Irgendwo. Glaube ich. Ich bin mir nicht mehr sicher. Pass auf. So, pass auf, loser. So, pass auf. 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 Happy, happy birthday. Happy birthday to you. You have a happy happy birthday. Scheiße, Kerl! Du solltest doch draufgehen! Die war für dich vorgesehen, verdammt nochmal! Die war für dich! Witzig! Das ist ja witzig! Wow! Da hat er sich verpisst! Da hat er sich einfach verpisst, weißt du? Ist der D-Serienarm, ne? Endlich! Mia? Mia! Mia! Sie lebt! Wer bist du? Wo seid ihr? Wir sind gleich hinter dem Steak! Sind vor dem Raum da! Vereil dich! Furchtblut, Ethan! Was willst du, verdammt? Dich! Tot! Schätze, dass es nicht drin ist. Noch nicht! Dich glücklicher! Schau! Solange du keine Überraschungen mehr im Ärmel hast, rate ich dir... Oh! Das wäre zu viel für Arten, Ethan! Ich mag keine Spaßverderber! Arsch! Arsch! Der weiß etwas, was wir nicht wissen! Und ganz vorsorglich, einfach so, weil ich das Gefühl habe, dass wir es jetzt brauchen, packe ich mir einfach schon mal den Grandadenwerfer rein! Hol' mir aber auch den ganzen anderen Scheiß mal eben rein! Ähm... Ja, die Flinte können wir uns noch reinholen, obwohl die auch nicht mehr so viel hat, ähm... Pistenmunition... Flintenmunition... ...dass wir jetzt brauchen... ...dass wir jetzt brauchen... ...dass wir jetzt... Untertitelung des ZDF, 2020 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 Go tell Anne Rohde, go tell Anne Rohde, go tell Anne Rohde, everybody's, everybody's, everybody's. Go tell Anne Rohde, 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 go Vielen Dank.